Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nach ungefähr 4 oder vielleicht sogar 5 Monaten habe ich kein Video mehr auf YouTube gebracht. Ich habe natürlich immer noch ja ziemlich aktiv eigentlich noch gestreamt auf Twitch. Aber auf YouTube habe ich lange nichts mehr hochgeladen. Aber ja, das wird sich jetzt hoffentlich wieder ändern. Ich werde jetzt wieder mehr Videos machen. Ich werde natürlich noch weiter streamen, ganz klar. Und ja, ich möchte auf beiden Plattformen halt aktiv sein. So, wir spielen heute eine Adventure Map. Ja, ich mag nämlich sehr gerne Adventure Maps. Und ja, wir spielen die Map, die heißt Ovenegrat. Und wie man das hier schon so schön an dieser riesengroße Anzeige sehen kann. Aber wenn wir auf diese Druckplatten gehen, dann geht die wir auch schon. Und ja, es ist eine 1.9 ist die Map. Ich habe schon eine 1.10. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt hier alles. Wenn nicht, dann ja, mal schauen. Aber wie... Da unten ist die Sonne, okay. Ne, da oben ist der Mond. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Ignite Portal. Äh. Danke, dass die Map mich so gut einweiht. Was soll ich jetzt machen? Ach, Ignite Portal. Okay, ich muss das Portal anzünden. Ah, okay. Ich habe nämlich keine Ahnung, was diese Map kann. Auf jeden Fall der Stand ist. Es sind fünf sehr unterschiedliche Positives. Aber man kann die immer jetzt resetten. Okay. Ja gut, das klingt ja noch einfach. Hä, das ist voll cool. So, dann muss ich nämlich... erstmal das machen. Braucht ich das jetzt überhaupt? Ich muss... Eisen noch sogar finden. Hm. Was ist denn hier drunter? Ist hier drunter noch irgendwas hier direkt Eisen oder so? Ich brauche ja noch Stein. Jetzt kann ich ja gar kein Eisen abbauen. Hier drunter ist Stein. Hm. So. Okay. Er wird einfach so in die Map geworfen und... Ja. Passt aber glaube ich schon. Ups, heller. So, genau. Hm. Ich brauche hier ein Feuerzeug. Okay. Ich mache erstmal eine Steinspitzacke. So. Äh, eine Holzspitzacke. Wenn das hier drin ist. Ich habe auch... Äh, genau. So, genau. So ging das noch. Richtig. So. Gucken wir erstmal ob hier unten irgendwo noch Eisen auch ist. Das brauchen wir nämlich eigentlich. Das brauchen wir nämlich eigentlich. Wäre sehr, echt gut, wenn wir das hätten. So. Ehm mal tiefer gucken ob hier irgendwas ist, hier ist schon Ende, Gelände, ah da ist so ne, oh hier ist ein Spawner, interessant, ein Monster Spawner, hm, aber warum? Eigentlich bräuch ich ja nur Eisen, hm, ist ja komisch, den abbauen, weiß man nicht, wie das sollte, aber ich brauch Eisen eigentlich mal lieber, Eisen, super, was Eisen, klasse, so, dann wieder nach oben, erstmal was aus Steincraften, holen wir uns das Eisen, dann haben wir eigentlich schon das erste Level, das wir dann abgeschlossen haben, so, das baue ich ja trotzdem ab, weiß nicht, ob das, äh, ok, ich bin jetzt Level 3, weiß nicht, ob da vielleicht auch Monster spawnen sollten, dass ich dann auch gegen die kämpfen muss, aber ich baue einfach mal den so, dann, so, jetzt hab ich Eisen, super, so, dann, ist es Nacht, ne, hä, doch, irgendwie schon ein bisschen, so, dann würde ich sagen, müssen wir noch hier ein bisschen von abbauen, bis wir ein bisschen Flint haben, da haben wir Flint, super, müssen noch einen Ofen machen, und wir brauchen auch was zum Verbrennen, so, dann Eisen rein, Holz rein, und dann können wir gleich lecker craften, eigentlich reicht hier eins, ne, komm raus da so, Feuerzeug, weg, uh, nice, find the button, aha, hier können wir nicht rein, ok, ok, also ich kann auf jeden Fall mit dem einen Knopf, kann ich hier auf jeden Fall was öffnen, hm, hm, müssen wir nur schnell sein, hey, wie schnell muss man denn da sein, hey, ich war schon mega schnell jetzt, ach, komm, oh, geschafft, ok, ja man, Spitzhakko, ah, kann Buchstein abbauen, ok, Buchstein haben wir noch hier, ja, nice, hm, war das richtig, ist hier hinten noch Buchstein, was soll ich denn, was soll ich denn mit jetzt machen, hier irgendwo lang, aha, ok, da ist einfach auch noch mehr Buchstein, hier irgendwo lang, aha, ok, da ist einfach auch noch mehr Buchstein, wow, super, wow, super, wow, super, wow, super, was soll denn das, hier kann ich auch nichts machen, Kohle kann ich auch nicht abbauen, hm, das ist ja komisch, ok, man darf nicht springen, ok, ok, aha, wo finden nichts drin, ne Kisten auch nichts mehr, ok, ja, das ist ja einfach, man darf nicht springen, ok, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, hier kann platziert werden auf Wolle, ok, aber mir gefällt es auf jeden Fall so, wo haben wir hier Wolle, ja, man weiß einfach nie genau was man machen muss, aber es ist auf jeden Fall immer, puzzelig, das finde ich sogar, Steinschufe kann platziert werden auf Eisenblock, ok, gut zu wissen, so, Eisenblock hat nämlich hier einen, respawning, respawned, fight the button and don't take damage, hä, ich bin, naja, ich bin respawned, ok, ja, wie soll man das denn machen, wie soll ich das denn machen, na gut, ich bin ja quasi irgendwie schon tot, hä, ist das mega, mega blöd, ok, Ok.